Es ist der nächste, denn die Band, die diesen Song berühmt gemacht hat, weltberühmt gemacht hat, die hat hier schon mehrfach gespielt, glaube ich. In Deutschland sagt man gerne Nazareth oder Nezerez, wenn man richtig ausspringen will. Viele wissen gar nicht, dass das einige ein Song von Joni ist. Es ist eine wilde Flugreise und man sieht Joni förmlich vor sich, wie sie versucht, zum Käpt'n hervorzudringen, um ihn dazu bewegen, dass er den Flieger bitte endlich wieder umdreht. Sie hätte ihren Geliebten doch nicht am Flughafen stehen lassen sollen. I should not get on this flight tonight. Und weil das unsere einzige Heavy Metal Nummer ist, unser kurzes Set, hat Anne ihren wundervaren Lab-Stil rausgeholt und ich muss die Gitarre auf Heavy Metal tunen. Was macht Joni Mitchell? Die tiefe E-Seite stimmt sie runter. Aufgehen. Halleluja. Das kriegt man nie richtig getunet, aber egal. Der Heavy Metal-Effekt ist das Wichtige. Heavy Folk. Wo HIJ凌nicasig. Werdy, girls. Wcionesig. W trek blö influencer. Now und wir gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017